David Boric Eine neue Studie hat ergeben, dass die meisten Menschen im Besitz zweier Lebern sind. Nicht dringenderweise werden beide davon benötigt, also haben wir uns gedacht... Können wir Ihre Leber haben? Äh, wer sind Sie? Sie kennen Lebern, ja? Längliches Organ in Magengegend? Ja, klar. Können wir die haben? Beantworten Sie bitte meine Frage? Ich zeig Ihnen mal was. Ich kann kein Englisch. Just remember that you're standing on a planet that's evolving and revolving it 900 miles an hour. It's orbiting at 90 miles a second, so it's reckoned, a sun that is the source of all our power. The sun and you and me and all the stars that we can see are moving at a million miles a day. In an outer spiral arm just 40,000 miles an hour of the galaxy we call the Milky Way. Our galaxy itself contains a hundred billion stars. It's a hundred thousand light years side to side. It bulges in the middle, 16,000 light years thick, but out by us it's just 3,000 light years wide. We have 30,000 light years from galactic central point. We go around every 200 million years. And our galaxy is only one of millions of billions in this amazing and expanding universe. The universe itself keeps on expanding and expanding. In all of the directions it can whizz. As fast as it can go. The speed of flight you know. 12 million miles a minute and that's the fastest speed there is. So just remember when you're feeling very small and insecure. How amazingly unlikely is your birth. And pray that there's intelligent life somewhere up in space. Cause there's bugger all down here on earth. Aiah. Die Polizei ist ebenfalls bereits unterwandert. Und? Das ist nur möglich. Wer ist noch Teil ihrer Beschwörung? Man, fühlt sich schon ziemlich unbedeutend, ne? Jo, jo. Höre ich häufiger. Also, können wir ihre Leber haben? Ich hatte zu viel herausgefunden. Perfekt. Ich bemerke das noch eben. Bürokratie ist wichtig, was? Ja. Ach. Dann sag ich mal. Bis morgen früh um 6, wa? Was zum? Ihr bekommt mich niemals leben, ihr schleimigen Weltenfresser! Als ich aus dem Gebäude rannte und mich panisch nach einem Knotweg russahm, als ich bereits in der Ferne die Polizeisirenen... In wenigen Augen...